So, ich will heute mal ein kleines Projekt von mir vorstellen, was ich am Wochenende gemacht habe. Und zwar mit einem Raspberry Pi. Das sind im Wesentlichen die Teile, die ich benutzt habe. Also das heißt, einmal den Raspberry selbst. Da läuft Linux drauf, und zwar das Wheezy von der Raspberry Seite. Da kann man sich runterladen und dann auf die SD-Karte installieren. Dann hier ein Tür-Kontakt, ein Räd-Relais, gibt es für 7 Euro bei Conrad. Kabel dran, wird an der Tür montiert, und damit lässt sich registrieren, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Dann eine Platine, die ich eigentlich für das Projekt erstmal nicht brauche, die ich aber trotzdem verwendet habe, weil ich nachher noch weitere Schaltungen hinzufügen möchte zu dem Projekt. Projekt, und ja, also eigentlich hätte für die Sache, die ich jetzt hier realisiert habe, braucht man die Platine erstmal nicht. Hätte man auch direkt verlöten können die Kabel, und das hier ist ein Flachbandkabel, das aus einem alten PC ist. Das hat ein paar mehr Pins als der Raspberry, als der Port an dem Raspberry, ja, passt aber trotzdem dran. So, und jetzt zeige ich euch mal das fertige Projekt. Und zwar seht ihr hier oben den Türkontakt an der Tür befestigt, das heißt, wenn man die Tür jetzt öffnet, entfernt sich dieser Magnet von dem Räd-Relais, und das Räd-Relais öffnet. Das Kabel von dem Räd-Relais geht hier einmal rum, und hier unten zu dem Raspberry, da ist die Platine, wo erstmal noch nicht viel drauf ist, und das Räd-Relais ist an einem von den GPIO-Pins, der ist dann als Eingang konfiguriert angeschlossen. Hier hinten geht das Netzwerkkabel runter zu dem Router, und dann noch die Stromversorgung. Das Ganze wird dann später noch schick in ein Gehäuse verpackt. Und, ja, jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das Ganze funktioniert, und was man damit Schönes machen kann. Also, das Ganze funktioniert jetzt so. Ich bekomme eine E-Mail und eine SMS. Sobald die Tür geöffnet wird, wenn ich nicht zu Hause bin, und dazu verwende ich das iPhone. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, dass ich hier mit dem WLAN verbunden bin. Und, ähm, was der Raspberry macht, ist, der guckt halt in bestimmten Zeitabständen, ob ich hier im lokalen WLAN eingewählt bin mit meinem iPhone. Und, solange das der Fall ist, passiert eigentlich gar nichts. Die Alarmanlage ist nicht aktiv. Ähm, wenn ich jetzt aber das Haus verlasse, und ich simuliere das jetzt mal, ähm, indem ich einfach, äh, das WLAN abschalte. Moment, da. So. Dann, ähm, wird die Alarmanlage aktiviert. Das heißt, sobald die Tür geöffnet wird, ähm, schickt der Raspberry eine Mail und eine SMS. Ähm, die SMS geht direkt auf mein iPhone, ähm, die Mail natürlich auch. Ähm, ja, und ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie das dann aussieht. Also, das heißt, ich öffne jetzt die Tür, schließe wieder und, so, einen kleinen Moment warten. Da ist die SMS. Den Text, ähm, kann man natürlich im Skript ändern. Das Ganze läuft, äh, läuft über, äh, über ein Python-Skript auf dem, auf dem, äh, Raspberry. Und das Ganze kann ich euch jetzt nochmal am Laptop zeigen. Ähm, dazu logge ich mich jetzt per SSH, ähm, auf dem Raspberry ein. Und das Skript, was hier drauf läuft, wie gesagt, ein Python-Skript, ähm, das schreibt auch eine, ein Log-File, ähm, mit allen Ereignissen. Das heißt, Tür geöffnet, Handy in Reichweite oder nicht. Und da gucken wir jetzt mal kurz rein. Das Ganze sieht so aus. Seht, ob das hier gut zu sehen ist. Genau, also, das heißt, ähm, hier. Um, äh, 17.51 Uhr wurde die Alarmanlage aktiviert, weil mein Handy nicht mehr in Reichweite war, beziehungsweise nicht mehr eingewählt. Dann, ähm, wurde eine SMS verschickt und eine E-Mail verschickt. Und, ja, das war's eigentlich auch schon. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht hat ja jemand noch eine nette Idee, wie man das Projekt erweitern kann. Ähm, auf Wunsch kann ich auch gern das Python-Skript, äh, online stellen. Ähm, ist allerdings ziemlich, ja, zusammengehackt, weil, ähm, das Ganze noch im Entstehen ist und alles nicht so ganz sauber. Ähm, das Ganze noch mal.